Die zwei D-Ds wundern sich auch. So schnell eine Gruppe gefunden? Die haben locker zehn Minuten da drin gewartet. Ja. Komm, du willst das doch auch. Das ist der Grund, warum ich irgendwann nur noch Tanks und Heiler gespielt habe. Du bist übrig. Fett. Oh, das ging jetzt aber wieder schnell. Oh. Die Instanz, Mist. Die geht ja. Hä, die wolltest du doch haben. Ich habe irgendwas angeklickt. Alter Gott. Was denn? Der Hund hat irgendwas so. Was ist denn passiert? Der Hund hat die Schnauze gerade so halb offen gehabt und seine Augenglieder sind manchmal im Schlaf so ein bisschen offen. So als du nur das weiße siehst. Der sah gerade einfach aus wie so ein besessener Dämon. Und der schläft. Einfach so voll kaputt. Du musst mich heilen. Du musst mich heilen, Jorde. Jetzt. Ja, jetzt schluss ich mir wieder weg, Alter. Weil du einfach reinspringst, ey. Ohne, dass ich hier vorher meine Pots geben konnte. Scheiße. Komm, wir gehen eigentlich an, wie das hier ist. Ach so war das. Dede warst du eine halbe Stunde um die Zeit für eine Indie-Gruppe. Mindestens. Mindestens. Also ich habe mindestens 53 Minuten gewartet. Tut mir leid, dass die dann uns tankt, uns heilen, dass wir so lange brauchen für eine Indie. Und ich habe den armen D-Ds. Ich habe kein Ziel. Was habe ich dir gesagt mit dem Reinspringen? Ich bin nicht reingesprungen, ich habe eine Gliefe. Ich habe eine Gliefe gesprüsst. Das machst du mit Absicht. Was mache ich mit Absicht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ist doch alles okay. Er nimmt so ein Spray mit und sprühe dich damit immer ein, wenn du hier gleich reinspringst. Ich schlafe gleich an, aber ich muss den Stream zu Ende gucken. Du bist doch gerade erst gekommen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Wißt du, wie spannend das ist? Lu, Lu, Lu. Der was? Worum geht es? Der macht doch gar nichts. Was ist denn so gemeint zu mir? Los, spring rein, Schlamm. Warum? Nein, du hast doch nicht Fullwana. Welches ist mein Buff? Also gleich habe ich keinen Dabbit. Ja, ich habe keine Kekse mehr. Ach, du musst Kekse? Ja, oder? Ja. Welches ist der Tod? Das Mädchen, das man mir gewohnt hat, die ist wieder in China zurück. Imports machen. Das kann ich noch nicht tun. Nein, da hat mir im Visum nicht so gut geklappt. Ich weiß. Ach, Yeti. Ja. Willst du sie jemals wiedersehen? Oh, oh, die hat mir eigentlich geschrieben, ich sollte der was übersetzen ins Deutsche. Mir? Oh. Ne, den englischen Text ins Deutsche übersetzen sollte ich für sie. Und das habe ich nicht gemacht. Jetzt hat sie dich, was? So, glaubst ihr, ihr könnt die Akku halten, weil ich wollte jetzt mal eben kurz in die Küche gehen. Passt du, passt du, passt du. Du musst die Akku halten, du bist gut. Achso, ich meine, ja, aber jetzt reicht doch jetzt. Guck mal, ist doch fast alles tot. Ich gehe mir in die Küche. Wemme, stopp, wemme, stopp. Naja. Hier ist doch... Wenn er jetzt... Oh Gott! Es ist nicht hierhin. Ich habe keinen Marder mehr. Ich habe keinen Marder. Ja, schade, mir ist die meins. Wirklich? Ja, haha. Schreib mal bitte, dass der kurz in der Küche ist, der Penner. Na? Aber ich habe doch gar nicht... Aber ich habe doch gar nicht... Ich habe einen Ergildere... Oh. So wie er da... Du hast der Ergildere... Ergildere geschrieben. Aua. Na, der Gilde schreibt mir einer zurück, volle Penner. Ihr musst doch einiges ändern. Oh. Oh nein. Oh nein, er will was ändern. Ich habe, glaube ich, gerade... Ja. Ich habe Molotow-Cocktails. Was? Ja, des Dampf-Druck-Cocktails. Wir wählen die Worte. Spring an. Hush. Ach ja, da war ja was. Kämpfen oder so war ja... Die Zeit der Ernte ist gekommen. Lass diese nimmerliche Rüder ab... Und schließt euch uns an. Ich verschlinge eure Essenz. Ich... Ich... Ich verschlinge... Dein Vater. Nein, Luz. Schön. Was tust du? Oh nein! Ich bin in der Duffel. Ja, warum machst du denn sowas? Einer hat die Schlampe mir Schaden gemacht. Lass weg! Ja, viel Glück. Warum ist die heute durchsicht? Die war ein Geist wahr. Ja. Ich bin... Judah Van Hoor gewesen. Oh, komm, wir sind doch mal auf dem Seelen. Ja, ich bin doch nicht vor mir! Hab doch keine Angst. Ich muss ja nur Leute schlagen. Und zweimal hüpfen. Alle 20 Sekunden. Oh, 15 oder 10. Der macht doch gar keinen Schaden, der scheiß Krotten, älter. Sag dir, bevor wir weiten. Ich weiß nicht warum, aber mein Tempo ist gerade voll erhöht. Die Welt bewegt sich einfach langsamer. Du bewegst dich langsamer. Oh, ich hab was zum Entzaubern bekommen. Was? Ich hab was zum Entzaubern bekommen. Nein, gib es mir, gib es mir! Das ist 8.05. Da ist Intelligenz, Ausdauertempo und Vielseitigkeit drauf. Ja, dann gib her! Nein! Ja, warum nicht? Weil dein ist besser. Ist meins besser? Ja, deins ist 8.15. Das ist 8.15. Ich bin ein Geist. Ich darf einfach nicht sagen, dass ich was bekomme, sonst kann ich das nicht zaubern. Eindringlinge haben den Durchgang zu den Katakomben überrannt. Elisanna, ihr müsst sie hier aufhalten. Wir haben viel zu verlieren. Allem voran, eures Vaters Leben. Sorgt euch nicht. Wenn ihr mir den Rücken gibst, gehen wir sofort Hero und lassen Jotte hier drinnen. Männer, die Eindringlinge sind hier. Lasst sie nicht passieren. Du warst schon immer keuflich. Was hat das mit keuflich zu tun? Oh, du brauchst ihn wirklich. Aber er sieht wie ganz so aus. Das ist egal, er gibt nur die paar Level. Ohne Scheiß, ein Level, hallo? Da müssen wir nicht rein. Ich hab nicht in den Sichtfeld, ihr Penner. Ja, da will er mal rein. Vielleicht hat er hier was. Gibt's hier was? Nein, da gibt's nichts. Das ist einfach ein leerer Raum. Du bist aus der Reichweite, du bist aus der... Natürlich bist du aus der Reichweite, ich bin ja auch weitergelaufen. Ja, Alter, warum machst du das? Weil er irgendwie machen will. Ja und, was hat das mit uns zu tun, dass du zwölf bist und ein Kind bist und den Stream schaust? Hast du jetzt irgendwelche Erwartungen an uns? Eine Erwartungshaltung, was passieren sollte? Keine Erwartung. Ja, wir müssen jetzt gehobener Sprechmose. Ich glaub, das ist der Wolf wieder. Der will jetzt wieder den Pädophilen raushängen lassen. Ich brauche ein Ziel. Nur andersrum. Na, hi Wolf. Ich hatte... Wenn das jetzt nicht Wolf ist. Wieder egal. Das ist bestimmt ein Cock-to-Polizist. Hopp. Ja. Oberstaffel für Hauptmann. Proof ist doch gar nicht pädophil. Ne. Ich hab gar keine Zeit für so einen Blödsinn. Ja. Außerdem sind sie alle mindestens zwölf. Ich muss näher ran. Ich hab kein Mana. Ich weiß. Ich hab keine Kekse. Doch. Natürlich hast du Kekse. Ne, ich hatte ausgelockt. Ich hab dir grad einen Tisch gestellt. Den hab ich nicht gesehen. Aber egal. Ich hab genug Mana. Da hast du einen Tisch. Oh, danke. Oh, da ist ein Portal. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Warum lachst du schon wieder so wie eine Wottskind, ey? Ich hab gar nicht was. Hallo. Das ist zu weit entfernt. Hallo. Hütebräuch. Das kann ich nicht angreifen. Ich pull. Alter, ich hab nicht mal getrunken, du Penner. Okay, warte. Ey, wir machen das voll mit Absicht. Was? Damit ihr mich nach... Guck mal, er hat das im Mund, ey. Das hört man doch schon, dass der was schluckt. Das kann ich noch nicht tun. Das kann ich noch nicht tun. Boah, das werde ich im Raid so oft sagen, ey. Warte ich auch Mana, warte ich auch Mana. Mach dir einfach ein Makro. Ja, genau. Warte die edeln Recken. Pascal, bleib still, ich brauche Mana. Nein, 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 Joll. Warte die edeln Recken. Euer geliebter Droide braucht noch weiteres Mana. Ja. Heiler braucht Mana, Ruhe. Ich helfe dir nur bei deinen Aufgaben. Ja, du bist sehr gut zu mir. Manchmal. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Glaubst du? Also ich habe damals um halb vier morgens eher sowas geguckt, wie RTL 2, Emanuel, oder das Tagebuch der Emanuel. Ja, das habe ich aber auch damals geguckt. 1 bis 8 oder so. Heute habe ich mit dem Gärtner Sex gehabt. Das war eine schöne Erfahrung. Aber das waren so richtige, schlechte Sexfilme, ey. Ja, richtig schlechtes Softpornos. Ja. Noch nicht bereit. Aber leidig mit lustigen Dialogen. Alter, ich bin junger Gottheiler, Alter. Wirklich. Wer es immer so in den Instanzen wäre, wo der Gegner so ein bisschen schneller schlägt. Und wie viel Mana hast du? Reicht, reicht. Go, go. Macht er gut. Können ja alle sind so nichts. Warum liegt das Stroh? Ist ja jetzt ein sich im Vergleich zu den Dingern ja wirklich nie genaue neu. Oh, das macht ja Schaden. Ach. Komisch. Nein. Nein, ich bin der Fall. Cool, Jodde. Es ist ja einfach DNDD-Stern. Ist schon okay. Der hat lange genug Gewalt auf seinen Tod. Ich kann mich nicht anreißen. Äh, ja. Danke. Thank you. Danke. Warte, bitte. Ja, jetzt brauche ich wirklich... Oh, da kommt eine Menge. Oh, oh. Ah. Wird was geil. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Jetzt wird es mit dem Mana wirklich knapp. Mana, Mana. Mana! Mana! ich warte ich bin nicht hier ihr müsst schon warten jetzt komme ich erst ich bin weit entfernt wartet mir hat die polizei die nach hause gebracht die waren immer nur bei mir zu hause hier war ich noch nie doch doch du warst ja und hat es nämlich auch schon mal schrecklich gelacht nämlich als der eine typ nämlich nicht mit dem kampf vor dem vor dem tor stehen geblieben ist der idiot der aus dem kampf ausgeschlossen war ja aber wir haben gut gespielt also weil er konnte ich bin auf der reichweite konverstand in der scheiße Ich muss näher rein. Oh, deine Decke. Ich bin aus der Reichweite. Warum wird uns immer jeder verbrengt, brennen und zöden? Ich hab Akku! Ich hab Akku! Schütze den Magier! Nein! Nein! Ich habe kein Ziel! Jetzt versteh ich... ...Betrug! Die ist schon wieder untergefallen! Dann lass sie doch! Oh! Muss man hier runter, nö, wa? Nö, die laufen falsch! Dann waren sie noch nicht hier drin, Noobs! Tja! Ja, kack, Noob! Echt so! Puh! Warte, die wissen nicht, wo sie lang müssen! Warte! Die sind stehen geblieben! Ah, okay! Ihr seid schon oben, wa? Wolltest du gerade ein Portal machen? Was? Ist Pascal hier drin, nö, wa? Warte, stimmt! Wo im TS? Wo bist du denn, Pascal? Äh, am tanken? Äh, am tanken? Noch nicht bereit! Ja! Wie ich das hasse! Schlimm, schlimm! Ich bin grad übrigens auf der Stelle gehüpft! Ich hoffe, du hast das gesehen! Nein! Weil du ja immer sagst, ich hüpfe ja immer so viel rum! Dann verlierst du mich! Warte! Warte! Wie? Deshalb dachte ich, sag dir einfach mal, dass ich auf der Stelle gehüpft bin! So richtig so! Ich hab anscheinend einen Tempowert bei mir bekommen! Also... Er reicht das... Oh, ich verbrenne! Kann viel schneller zaubern, Alter! Das macht wieder richtig Spaß! Das kann ich doch nicht tun! Äh, ma eh! Äh, ma eh! Ja, mach doch mal was, ey! Warum dauert das so lange? Ja! Das ist zu weit entfernt! Ich muss näher ran! Ich muss näher ran! Ich hab' keinen anderen mehr! Wie ist das denn passiert? Ja, ich halte dich wie ein Bekloppter! Verstehe ich nicht! Ja! Ich hab' eure ganze Zeit voller AP! Ich muss zuerst etwas anlesen. Ja, warum wohl? Ah, ich warte. Wegen so viel Selfiel. Ja, nee, weil ich dich zuspamme, äh, mit Heilungen zuspamme. Das ist richtig schön jetzt. Ich hab einen Tick mehr, Alter. Ich heil viel schneller jetzt. Keine, hat man. Noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Irgendwie kann ich nie was looten. Ah! Ja, mich tötet es automatisch. Du Penner! Ich bin betreut! Nein! Dreckfrau! Wow! Oh, mein Gott! Jol, warum bist du tot? Du Penner, Alter! Ja, was hab ich denn damit zu tun? Halt wenigstens mal Zeit, meine... Doch, Recount ist irgendwo im Hintergrund am Laufen. Müsst ihr nur aufmachen. Und... Okay, das, was wirst du tot. Oh, mein Gott. Ja, ich bin... Oh, mein Gott! Ich hab, ich hab bald also ein Krümelchen genau in den Mund geschmisst. Und jetzt verschluckt er sich und er stickt! Nein! Dann musst du Mund zu Mops Beatmung machen! Er stickt daran nicht. Er röchelt nicht mal. Oh Mann! Ich kann nichts mehr sehen! Mach jetzt ein Experiment! Du bist doch so dumm im Kopf, ey! Ach, Yordle, bist du da? Da kommen Gegner, Yordle! Nein, ich hab schon wieder meine Sachen festklickt! Oh Mann! Ich muss den Scheiß doch nur festsetzen! Ich streame wahrscheinlich noch bis nach dieser Instanz! Also danach so Schluss! Hier, äh... Die Kuh wird angegriffen! Der soll einfach mitkommen! Oh, das ist jetzt ein bisschen hart! Ja genau, pass rein! Gut gewollt! Wir müssen so viele mitnehmen! Die kommen ja immer wieder neu! Ey! Ey! Ich hab keine Mana mehr! Ich hab keine Mana mehr! Wer auch! Ich brauche ein Ziel! Sie sind in der Mitte hoch! Doch, der... Der arme Hund! Ah! Ah! Ich muss zuerst etwas anvisieren! das kann ich noch nicht tun weil ich habe gerade wieder ein skill gesucht die aus meiner leiste gezogen hat was einfach zu spät ist die fixieren lassen ich weiß ja warum machen weil ich in der indie bin ach so die instanz ist also wertlos nein jetzt habe ich armenregen benutzt jetzt habe ich drei minuten cooldown egal oh irgendjemand hat was gestellt warte ich erst schnell was ganz noch nicht bereit du hast du 2,5 millionen leben alter und das unverbandelt das ist voll wenig wirklich ich bin in mainz ja meine ich auch alter jetzt habe ich 3,29 millionen voll wenig du dürft nicht mehr lachen übrigens warum weil ist so weil wir seriös sind alter ich bin außer reichweite nein stimmt nicht oh er ist tot schon wieder der boyfriend ja wer ist mein boyfriend ja wie der ist schon tot wachen natürlich das hier ist normal ja ja nein doch komm wir lassen die alle hier hängen ich kann auch in der hero gehen geh weg du mit deinem damage equip warst du schon nicht vorbei? nein die instanz ist noch nicht vorbei ich habe irgendwie angst vor die hero instanzen du warst doch schon welchen drin ja in der hier in der hier heroisch ja also dann schaffen wir das doch auch wenn wir pascal haben ihr habt einen guten heiler man das war kein bisschen dass du ich bin nicht gut hast du nicht der mittelküpp mit an? ich? nein oh bleib rein das ist zu weit entfernt ich muss zuerst etwas anvisieren ja der hat noch mal einer ihr bekommt immer alles dich nicht diese fähigkeit ist noch nicht bereit hey warum blinkt mein abenteuerführer so komisch weil du jetzt eh keywords laufen kannst deswegen das sagt er dir jetzt achso ich habe kein ziel ey du bist so krass du kannst du schon wieder was machen dein e-penis ist so groß du kannst jetzt auch eh im stehen pinkeln du kannst eigentlich nur noch im stehen pinkeln du Ataka ich dachte er bringt es jetzt selbst um als er mir hier den gruß gezeigt hat er hat hier den gruß gezeigt er hier er hat äh er hat sich von mir verbeugt totalos sie kommen euch zu holen ganz recht aber gemeinsam ich muss zuerst etwas anvisieren schneller tosios auf wir sind römer das wäre doch geil alter so römisches szenario äh ja und dann ich sag's ja nur ey wird ja zurzeit entwickelt so ein Online-Rollenspiel in die Richtung ey nein ich meine hier ein W.O.W. ey so römische Namen und so ich muss näher ran ich habe kein ziel ich habe kein ziel hab ich ja auch vor euch im Kopf dann hast du nächstes mal äh anstatt ähm die Ohrenzeile das Forum das kann ich noch nicht tun dann hast du das Mausoleum ich bin außer Reichweite ich bin unterbrochen betäubt du musst dich heilen ich bin auch betäubt ich nicht ich verwandle mich mal eben das ist dann einfacher für dich ach so ich bin betäubt ich bin auch betäubt wir sind alle betäubt Pascal stirb Pascal stirb ich brauche ein Ziel nicht mit mir ich bin ein Imba, Alter ich brauche Mana hm warum? du hast doch grad noch bei mir gedottet kann nicht sein dass du Mana brauchst jetzt brauche ich Mana kleinen Moment bitte ich will mir nur was aus dem Inventar ziehen was ist denn die Scheiße? ah hier jetzt hast du Papierzeppeline jetzt hast du Papierzeppeline hey hm 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 los jetzt spring da rein Schlampe warum sag ich ich hab Minecraft Monster niemals werdet ihr unsere Welt erobert wir haben eure Welt schon so oft erobert erbrennt 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 joll 2 1 es reicht genug der Scharade Rabenkrone ihr nutzloses Werkzeug 10.000 Jahre stehen euch nicht gut zu Gesicht jetzt zu euch uuuhh der lebt ja nein was bin ich das ist nein meine Vorfahren Elisame oh 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 vergebt mir Helden ihr müsst ihn besiegen noch nicht bereit diese wertlosen Sterblichen sollen der Legion trotzen Seelen meiner Vorfahren die ihre Tageslegen oh mein Gott der Baum ich kann nichts mehr machen ich kann nichts mehr machen ja du bist eingeschlafen wir wachsen noch mehr leider in die Uhr ich hab übrigens jetzt 10 Millionen Leben warum denn keine Ahnung Bossmod incoming ich bin mit einem ich bin mit einem der Elisame tötet mich Alter du denk ich bin ein fetter Baum Schlaf jetzt was ich bin schon wieder am schlafen ach ich mach mal etwas ich geh einfach auch mal in die Küche ich gucke ja wie riesiger Hund ist wie viel Leben hat denn der noch war noch so viel ja wir müssten in 18 Sekunden fertig sein dann hab ich die neue Rekordzeit also beeilt euch mach mit Schaden schnell 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 schon verkackt eine Sekunde ich glaub es war wirklich irgendwie 0,3 Sekunden schneller ja ich hab was bekommen ich auch ohne hä geil mein Gegenstand wurde aufgewertet ja es kann passieren geil warte welcher Gegenstand wurde denn aufgewertet der den du bekommen hast ich hab ja nichts bekommen einer meiner Gegenstände wurde einfach nur aufgewertet dass das funktioniert ah das war meine Schulter oder nee der Umhang wurde aufgewertet nee ach egal verstehe ich nicht Handschuhe ah warte oh ich hab Handschuhe bekommen ja wo ist denn wow ich hab einen Punkt mehr bekommen was für ein Dreck ist denn das was wollen wir denn jetzt machen wir heute rennen drum wie der letzte Lump ja wir gehen jetzt in den heroischen Dungeon hm ich laufe nicht rum wie ein Lump du bist der Lump alter ach jetzt gehts los dann gehen wir jetzt wirklich in die Hebel wir gehen